Freunde, wir haben eine Sache gemacht, die muss unter uns bleiben. Wir haben wirklich eine Sache gemacht, die muss komplett unter uns bleiben. Ihr dürft mich nicht verpetzen, ihr dürft nicht. Ihr dürft mich nicht verpetzen. Versprecht mir das. Eine Eins in den Chat, wenn ihr mich jetzt nicht verpetzt. Ich weiß sowieso, dass ihr mich verpetzt. Ich sag ehrlich. Und zwar, ihr kennt ja wahrscheinlich bestimmt alle die ganz großen Streamer, so Abogoku und so weiter. Und wir haben uns einfach in den Server gesneakt. In GTA Roleplay. Wer kennt alles von euch GTA Roleplay? Mal jetzt eine Eins in den Chat. Jetzt mal wirklich eine Eins in den Chat. Wer von euch kennt alles GTA Roleplay? Ich weiß, maximale Haram-Basis. Aber wir haben uns einfach reingesneakt, Bruder. Ey, zu witzig. Stell dich mal vor, irgendwann wir treffen auf die oder so. Ich muss ganz normal bleiben. Ich muss dann so tun, als ob ich die nicht kenne und so. Ich muss dann so machen. Das Ding ist, ich werde eine bestimmte Stimme haben. An alle, die jetzt gerade hier am Start sind. Ich muss auf jeden Fall so tun, als wäre ich jemand anders. Du wirst ja, ich meine, ich darf jetzt nicht zum Beispiel, wenn ihr jetzt dann gleich zuguckt. Also natürlich spreche ich mit euch. Ich habe so eine Mute-Taste. Dann kann ich ab und zu auf eure Fragen eingehen. Wie ist das mit euch reden? Aber in diesem Spiel muss ich die ganze Zeit so reden. Ich wollte so reden. Guck mal, so dies. Oh, Bruder. Was du machen? Komm, komm. Komm. Ich komme zu dir. Du kommst zu mir. Wir trinken eine Bier. Also, ich muss die ganze Zeit so dann reden, Bruder. Oh, das ist zu witzig. Ich bin richtig gespannt, wie es wird. Okay, Leute. Heute nur kurz. Ich weiß, für RP eine Stunde lohnt sich nicht. Aber wir erstellen nur heute unseren Charakter zusammen. Chillen erstmal, gucken. Weil das ist zum ersten Mal, dass ich mit PC und Tastatur und so alles spiele. Lass gemeinsam den entwickeln. Alles machen. Okay. Lass alles zusammen machen. Und dann schauen wir, wie es hier weitergeht. Also. Ich will jetzt mit zusammen. Was machen wir? Also, Geschlecht. Ist ja klar, Bruder, ne? Also, Geschlecht. Weiblich. Nein, ich war's. Weiblich wäre schon cool. Das würde man dann gar nicht glauben. Was sagt ihr? Eins in den Chat für... Eigentlich muss ich männlich, Bruder. Sonst war nicht cool, oder? Eins für männlich. Zwei für weiblich. Was nehmen wir? Mann, Leute. Das Ding ist... Ich weiß, ihr wollt auch witzig, dass ich zwei nehme. Aber, ey, wir müssen doch real machen. Wisst ihr, was ich meine? Wir müssen doch real machen. So, wisst ihr, was ich meine? Lass mal eins. Guck mal, die meisten schreiben sogar eins. Okay. Wir machen die eins. Das heißt, wir nehmen den Bray. Und jetzt kommen wir zu Gesicht, Leute. Wir entscheiden jetzt zusammen, was wir nehmen. Und morgen ab 20 Uhr zocken wir dann zusammen. Gesicht. Was nehmen wir bei Gesicht? Es gibt 45 Sachen, Bruder. Okay, nein. So fett bin ich nicht, Bruder. Schönen wir. Ihr seht hier die Zahlen unten, ne? Bei 10 bis 45. Ihr seht die Zahlen. Ihr sagt, welche Zahlen wir nehmen. Ich geh einmal komplett alle durch und ich sag, welche wir nehmen. Bruder, die sehen alle so komisch aus. Scheiße, Bruder. Boah, guck mal. 42 sieht aggressiv aus. Mann, ich weiß es nicht. Leute, welche Nummer? Leute, was machen wir? Welche, welche? 42, 43? Ja, 42 ist schon aggressiv, ne? Sieht schon stabil aus. Sag ehrlich. Also, wir nehmen jetzt... 42 oder 43? 42 ist so. Und 43 ist so. 43? Okay, 43. Skin. Kleidungsstil? Oder was ist das? Ah, ne. Hautfarbe. Okay, ich nehme meine Hautfarbe, Bruder. Meine Hautfarbe ist... Boah, gute Frage. Ich würde sagen, so. Bisschen Solarium. Ein bisschen noch zubrauen, ne? Ist viel zu hell. So, oder? Ja, so ist stark. Haare, Bruder. Haare, mal gucken, ob die meine Haare haben. Das hier. Nein, schau. Aber so ist schon cool, ne? Ich hatte mal früher GTA und dann habe ich so einen Style gehabt, Digga. Leute, sagt ihr das hier? Ich höre, das ist cool. Ich hatte das ja auch einmal bei Dalle Dalle bei dem Song. Aber wir können ja eine Rolle spielen. Ich finde schon, wenn wir die Rolle spielen, so auf Gangsta-mäßig, dann kann man schon sowas nehmen, so. Wisst ihr, was ich meine? Sowas. Die du hattest. Ja, finde ich auch. Ich finde die auch am geilsten. Lass die nehmen, Leute. Torso. Und was bei Torso? Oh. Ihr habt mich gerettet. Mein Gott, ihr habt mich gerettet. Oh mein Gott. Es klappt. Aber das ist jetzt hier so ein Gangster-Scheiß, ne? So Pulli und sowas. College-Jacket trage ich eigentlich auch oft, um ehrlich zu sein. Boah, so ein Ninja wäre auch krass, ne? Aber ich muss so real wie möglich machen, Leute. Das muss mich ja ein bisschen widerspiegeln. Aber es sieht danach aus, dass es, glaube ich, fast kein anderes T-Shirt hier gibt. Oh, was ist das? Real Madrid, oder was? Oh. Könnte auch cool kommen. Ich habe sehr, sehr oft eigentlich Sachen. Sehr, sehr oft Fußballmannschaften und so. Könnte cool kommen. Oh. Barca. Visca Barca. Eigentlich würde ich für Baba Liverpool nehmen. Mein Baba ist Liverpool-Fan. Aber es gibt kein Liverpool, oder? Oh. Es gibt Liverpool. Ich schwöre, mein Vater ist Liverpool-Fan. Ohne Spaß. Ich muss eigentlich... Ich muss eigentlich meinem Baba eine Ehre machen und Liverpool nehmen. Normalerweise. Hose, Bruder. Wir brauchen eine freshe Hose, Chad. Wir brauchen eine sehr freshe Hose. Was nehmen wir? Die Schuhe sind ja auch unglaublich hässlich. Wir brauchen eine schwarze Cargo-Hose. Boah, warte mal. Kann man die jetzt schwarz machen? Oh mein Gott. Fresh, oder? Kann man nicht... Boah, das ist doch fresh, oder? Einzelne Chat, oder? Boah, man kann die Farbe ändern. Die in schwarz oder weiß? Schwarz oder weiß? Hey, Cargo ist besser. Aber Bruder, wo ist denn Cargo? Aber ich finde das fresh eigentlich. Aber wir müssen jetzt hier weitermachen, Leute. Wir müssen weitermachen. Was machen wir jetzt bei Schuhe, Bruder? Gibt es hier Nike Air Force? Gibt es hier die neuen Jordans? Ey, kann ich nicht irgendwie... Man erkennt doch gar nichts. Kann ich nicht ranzoomen? Geht leider nicht. Okay, dann müssen wir jetzt spontan gucken, Leute. Welche Schuhe nehmen wir denn jetzt? Irgendwie so, wo man die Schuhe bisher erkennt. Guck mal, so. So, hier. Dann müssen wir hier auf hier gucken jetzt. Oh. Air Force. 55. Alter Schuhe, ich sehe... Alter Schuhe, wie krass sehe ich aus? Mein Gott. Ich würde mir einfach selber geben. Krank. Okay, heftig. Ich brauche trotzdem eine freshe Kette. So. Wir nehmen so eine Kette. Okay, Helm. Was ist Helm, Bruder? Alles klar. Boah, aber eigentlich trage ich immer Caps, ne? Wollen wir meinen Style vom Frühjahr her holen, Leute? Bitte mit einer Cap nach hinten. Ich schwöre, das ist mein Style vom Frühjahr, Bruder. Ich hatte immer Cap nach hinten, Bruder. So eine. So eine, aber in beige, Bruder. Ah, die kann man nicht ändern. Aber ich finde die eigentlich stabil. Hier. Die. Okay. Ja. Ich schwöre, ich hatte genau so eine. Ich hatte genau so eine. Welche Farbe? Nein, gibt es keine andere Farbe? Aber sollen wir die nehmen? Keine Brille. Ich trage eh keine Brille. Leute, wir müssen jetzt hier mal kurz in die Welt eintauchen. Okay. Bestätigen. Wir haben es geschafft. Okay, Freunde. Wir haben es geschafft. Das ist schon mal sehr, sehr stark. Wir sind jetzt hier wirklich im Leben. Und guckt mal, wie fresh wir aussehen, Bruder. Freunde, ich würde sagen, das heißt, morgen zocken wir wieder. Okay. Und ich quitte jetzt. Auf jeden Fall. Es war richtig, richtig, richtig geil. Ich kriege richtig Ärger jetzt, Leute. Also deswegen. Es war ein richtig geiler Livestream. Es hat mega viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich küsse euer Herz. Es war richtig geil. Und ich würde sagen, Leute, ja, kommt morgen wieder, 20 Uhr. Dann zocken wir zum ersten Mal. Und ich würde sagen, geiler Livestream. Wir sehen uns morgen wieder. Und haut rein. Ich liebe euch.